ein eine wunderschöne da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem kurzen knappen ersten fazit video es ist schweinekalt draußen es ist winter ich konnte mit der clean jetzt nicht so viel fahrrad fahren und wir haben uns jetzt erstmal konzentriert darauf den musik noch testen wir haben uns jetzt erstmal hier drauf konzentriert also praktisch die nochmal so die kopfhörer sozusagen die man am helm anbauen kann sind keine kopfhörer sind wie kleine boxen die man dann am helm baut video habe ich ja schon gemacht dazu von meinem ersten eindruck also vom unboxing und ersten testen ist alles in eben so hier sind sie bei mir jetzt dran und ich habe ein bisschen rumexperimentiert und wir sind eigentlich jetzt dabei geblieben dass einer von uns also wieder meine frau oder ich die am helm haben und die anderen die hat meine tochter dann am helm jetzt fragt euch was wieso ja weil einer fährt immer voraus und einer ist also erinnern ist immer die erste dann kommt die tochter und dann kommt halt der letzte also dass doch da zwischen uns fährt sie ist halt erst mal fünf also jetzt fünf geworden und wegen sicherheit und alle drum und dran kennt er ja und wir haben jetzt also wir haben jetzt nicht benutzt um musik zu hören oder um uns die navigation anzusagen oder hast du nicht gesehen wir haben sie jetzt primär benutzt also tochter hat wie sagt am helm das läuft dann weil ich hinter ihr bin läuft dann über mein handy mit also was bei ihrem helm ist doch wenn ich hinten bin läuft dann über mein handy mit und frauchen hat dann halt über ihr handy da wird in der app wie ich euch im video gezeigt habe so eine interne chat gruppe gegründet sozusagen und dann kann frauchen halt sagen wo dann geht links rechts geradeaus was weiß ich achtung wir stoppen und die kleine hörtet weil das ist ja wir haben es dann halt so eine städter sind halt auch nicht zu laut ist logischerweise und dann hat die das ja und trotz straßenlärm weil sie sehr nervös ist auch wenn wir halt bürgersteig fahren oder so sie hat halt auch manchen situationen angst die ist ja halt wie sie lernt ja gerade erst und das gibt ihr viel sicherheit das ist jetzt eher für größere gedacht logischerweise wenn man mountainbike fährt dass man sich das navi anzeigen lässt und dass man also ansagen lässt dass man nicht hört dass man miteinander telefonieren kann und 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 aber was auch super funktioniert wie gesagt man machte offen macht einmal am kindhelm einmal am am elternhelm ran und dann kann man dem kind sagen wo dann geht und die kind versteht hat besser als wenn man von vorne brüllt wir fahren da rechts und dann halt gerade straßenlärm und so ein kind nicht wie es wo dann geht und hier so hört sie dann kann man ganz normal reden man braucht nicht brüllen die sind ja hier praktisch am ohr oder eine nähe vom ohr und dann hört das kind wirklich erste sahne wo wird jetzt hin soll und kann auch antworten kann sagen ja nein weil hier ist ja auch ein mikrofon mit eingebaut logischerweise und oder wenn sie wenn sie sagt sie kann nicht mehr oder so eine pause machen können sagen wir ja wir fahren jetzt die nächste einfahrt fahren wir rechts ran oder was ich wenn da eine ausbuchtung ist oder je nachdem wo wir fahren wenn wir feldweg fahren sagen wir oder praktisch die skater strecke lang fahren bei uns dann sagen wir kommen da vorne bis da vorne fahren wir noch und da kommt gleich so ein rastplatz da können wir dann rasten und dann können wir was essen oder trinken und das hört sie dann halt sehr gut und wir hören sie auch sehr gut und das funktioniert wirklich erste sahne wirklich wirklich erste sahne kann ich bis jetzt nichts negatives sagen aber wie gesagt wir konnten es halt nur zwei dreimal testen wo halt mal hier nicht so viel schnee und nicht so glatt war weil wie gesagt jetzt ist gerade noch winter aber wir werden es noch weiter testen das soll jetzt aber erst mal zum ersten fazit gewesen sein weil das erste video habe ich schon gemacht und ich wollte es erst veröffentlichen wenn ich wenigstens ein bisschen testen konnte das habe ich jetzt hiermit geschafft deswegen kann ich dann kann ich die beiden videos dann jetzt hier auch nacheinander veröffentlichen und ich hoffe ihr habt spaß dabei sind wirklich richtig geile sachen also uns also meine frau findet es total klasse ja die ist total begeistert vor allem weil es der klinen sicherheit gibt man braucht nicht brüllen sie hörtet wir hören auch sie wenn sie wenn sie gerade was hat oder oder irgendwas erzählen will oder so und das ist halt super also kann man echt nicht meckern wirklich nicht und wir wollen ja jetzt demnächst einen neuen helm für sie kaufen deswegen haben wir das weil es kommt ja rangeklebt an den helmen deswegen haben wir das noch nicht angeklebt wenn wir dann als nächstes jetzt testen weil ja wenn wir dran kleben ist quatsch wenn wir jetzt sowieso einen neuen helm kaufen so aber nichtsdestotrotz soll es jetzt soweit dazu gewesen sein wenn ihr fragen habt in die kommentare posten wir sehen uns im nächsten video bis dahin sagt euer odin oh 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 Bis zum nächsten Mal.